Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Thank You Online Heute mal allein oder ja allein aus dem Fehl weiter fangst du mit Fehlern schlecht aus dem Grund es ist keiner da und ich habe ja gesagt das war glücklich immer halt an spätestens wenn ich hier meine es sind zu viele dann dann wird wieder rationalisiert ich habe ja gesagt dass also das wird Nussern Sonntagsfolge sein Werk Sonntagsfolge sein deshalb ja das ist Sonntagsfolge äh für lauter ich möchte ihn kaputt bischen habe ich jetzt vergessen was ich sagen wollte ich habe ja in dem vorherigen Video gesagt dass ich guck das Samstag Sotag immer ein Video hochkommt da ich sagen wusste ich aber habe ich das noch nicht festgestellt dass ich übel übel lange brauche für das Video wo ihr am Samstag nochmal also gestern wo angekommen ist das halbe Stunde Info Video Info oder Neuerungs Video ich habe es Neuerungs Video genannt habe ich 300 Minuten gebraucht kein Witz ich habe es aus ich habe es umgerechnet fünf stunden alter da dachte ich mir nur das geht gar nicht fünf stunden brauche ich um Video zu fahren das kann ich in der Schulzeit nie wir nie nie gucken dass das irgendwie klappt tschüss tschüss also in der Schulzeit wird das schwieriger wenn wieder Schule anfängt bla 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 fehlt ja dann wird das richtig schwieriger hallo der Taste ähm beide gelöchert ein Schweizer Kid oh mein Lieb bla 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 gut jetzt sonst ihr seht mir hier auf silenz silenz mit Diktator M2 Railgun M1 und der Farbe Korrosion Schutzfarbe Korrosion jetzt gibt es da großart oh Leute vorhin was gibt es hier großartiges zu sagen nix ich zocke eine Runde für euch für mich das man da war auf die Fassung aha komm ja heute alleine wie ich ja gesagt hab erwähnt hab wie immer mal mal gucken ob das nächste Video mit mehreren klappt weil heute das Video nehme ich aus dem hauptsächlichen Grund aus dass ihr am Sonntag also ja obwohl ihr es guckt gerade dass das dass ihr ein Video habt zum Glück und ich nicht gleich nach in der ersten Woche meine Versprechen nicht einlösen kann was ich persönlich scheiße finde ja auch na genau ich sie da jetzt fährt man vorwärts und schmeckt sich die scheiße äh ja sonst auf hoffentlich dass ich aus die nach alter wir können aha hallo Kraft ich könnte kotzen kotzen dann könnte ich ich weiß nicht sieht man den Mauskurs ich glaube ich hab's ausgemacht Mauskurs was ihr den nicht zieht weil der stört bäms lass mal einen reindrücken komm lass mich an die Front ich will an die Front bäms an die Front was sehr tot der Tod herrscht nur an der Front fach ja sonst sonst gibt's nichts anderes anderes wer genau hinbekommen muss ich auch eigentlich jetzt haben so wenn ich sie schüssen bekommen also ich könnte ausrasten ich könnte ausrasten ähm mich zu klären wenn ich spiele man war dort in einem das steht kp ohja früher also vor Rebalance und neue Grafik und alles drum und dran hab ich hammer aus dem von der Schnauze und da war Ray Gun meine die geilste Waffe also kein Witz also in den niedrigen Level Ray gets schnappt und alle richtig der wird weggebasht nein Scheiß Tono schießt mir halt noch hinten rauf BÄM so immer schön gucken dass man die mit Ray Gun verzieht das ist besser für einen besser für sich whatever aber tschüss ja also nein dass das wirklich beschissen muss ja irgendwas quasseln ich kann ja oder schreibt's mal in die Comments ob ich einfach ob ich unbedingt reden muss oder nur so einfach ob wenn ich ankündige kann und dann einfach nur so gg über Gengen Gameplay zeigen ihr wisst wie es läuft ne wisst ihr leider nicht ah sauber die sie und was zum snacken gelöchert lasst mich darunter ich würde sagen da hinten dass jemand runtergefallen sprach nicht der war ich bin heute nur aber es gab keine bessere schlag das ist jetzt ja schon in der aufnahme kurz aufnahme und ich bin wieder da mit dem liebe Argo er kann doch und um um in der aufnahme mach machen machst du nichts machst du nichts um ab sagt es aber doch immer zu krasseln ohne nirgendwo ich mich immer irgendwo hin m m m m m ja du verdrückst dich ab in Schlüsselloch ab ab in Schlüsselloch ab in Schlüsselloch ich glaube ich darf etwas ausblenden weil ich hier feilt habe mal gucken oder nehme ich einfach noch eine neue Runde auf hm keine Ahnung was zogst du euch? ich habe keine Pläne Tanki ich werde ja mein Versprechen einhalten was ich gegeben habe so das ist die Sonntagsfolge ja schön Leute so von heute ich habe ich wollte gerade sagen die Zuschauer wissen schon ich habe ich habe das hochgeladen die 30 Minuten Tanki wie lange habe ich dafür gebraucht? hm zum hochladen wie lange habe ich gebraucht? oh 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 ich habe halt früh um 3 Uhr 30 bemerkt dass das mir immer verarbeitet werden muss was? das Video welches? Tanki hä? was? oder? hä? ich weiß es kein Plan ja wie lange hat es jetzt gedauert? 300 Minuten 5 Stunden Fünf Stunden alter ich dache äh also da das ab 4 Uhr wurde es noch verarbeitet was? das Video Tanki? Ja. Das war Horten. Das war Tanki. Lall. Mhm. How many people? Ja, ja. Zock mal hier rüber. Ich bin grad richtig schön drittletzter. Ich hab ernsthaft keinen Plan. Ich hab grad schön den Hotel endlich WLAN bekommen. Was heißt das? Seid ihr im Hotel? Wir sind noch in einem Hotel, vor allem morgen weiter, ja, ne? Also, mehr als ein Schritt mal nicht. Urlaub vor dem Leben. Yay. Yay. Yay, der große Argo geht mit seiner Familie noch mit. Da muss man mit, also. Mit 38. 30. Er hat dann nicht mehr mit. Ja, da wollte ich auch. Eigentlich heißt ich Dieter Jürgen. Ja, Hand, naja, Hand, Dieter Jürgen. Hans, Hand hin oder her. Möchte der Flagge? Möchte der die Flagge? Aber was spielst du denn gerade? Silence, Camp to the Flag, Diktator, M2, M1, Korrosion und der Argo hat auch Korrosion. Yay. Yay. Oh, weil er heute Fadenspartag ist. Aber ich hab heute früh, drei nicht daran gedacht, es noch zu machen. Fünf nach drei meinst du. Kann auch sein. Fünf nach drei sind wieder die Server online. Fragte euch, woher ich das weiß. Ich glaub, irgendwann mal war das in der Ferienzeit. Bin ich irgendwie... Ich hab der Tor die ganze Nacht durchgesucht. Aber nicht so weh. Scheiß. Hab ich nicht. Oh, fuck. Ich muss mich schnell auf beschäftigt stellen. Das geht ja nicht so weiter. Ja, vor allen Dingen, jetzt sieht man dich als Face. Kai, die Aufnahme kann hier in die Tonne klopfen. Und wenn ich klopfe in die Tonne. Was? Was habt ihr eure Katze mitgenommen? Hm? Habt ihr eure Katze mitgenommen? Wir haben keine Katze. Oh, was? Zeit, war ein. Habt ihr habt, habt ihr das Arme Kiti Kett gegessen? Haben keine Katze. Scheiß, Mann. Die Aufnahme beendet. Die ist noch voll im Gang. HbHB, 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 HbHB. Hallo, Mala, hab ich, hab ich tschüss gesagt, also. Fail. Nee, weil man nicht können sie in die Tonne klopfen. Wir ziehen sie durch und gucken uns danach das Ergebnis an. Oh. Bis guckst du ist, hat einfach, sieht es aus, als hätte ich es minimiert ausversehen. Was ja rundherum der Wahrheit entspricht. Jetzt hoffe ich, dass... Ah, und ich hab... Ich hab Fraps... Ich hab Fraps... Fraps vor dem Programm geöffnet, wo die Zuschauer nicht sehen sollten. So. Schlachtestrum. E... 61. Gratis. Ja. Wie diesen. Mit 1616 verabschiede ich mich. Und wünsche euch noch... Hammer geil. Ja. Und zack, noch viel Spaß und guckt nach die anderen Videos. Danke. Tschööö. Bis zum nächsten Mal.